Hey, hey, hier ist der Wampendribbler und ihr hört Megafon95, der Fatula-Podcast, natürlich mit mir und dem Micha, dem Schrenz G8. Ein gut Kick in die Runde. Und wir sind hier, um Folge 76 zu besprechen, mit den Spielen gegen Freiburg und gegen Hertha BSC Berlin. Das hast du extra gesagt mit dem Berlin, ne? Ja, da hast du mich letzte Woche drauf aufmerksam gemacht. Nein, wir wollen heute sprechen, über was ist eigentlich das Faszinierende an Kenan Karamann? Bozek jetzt mehrfach über 90 Minuten. Lutz sagt Ade, Uwe Klein übernimmt. Fortuna kündigt einen Sponsor wegen Rassismusvorwürfen. Und Oerdingen noch ein weiteres Jahr in der Arena? Also da müssen wir direkt dranbleiben. Also für die DLIFE AG wahrscheinlich ein sehr gutes Event, was man gecatcht hat, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ich fand halt nur lustig, dass es hieß ja eigentlich von der Stadt und von Fortuna, dass die Uerdingen nicht noch ein weiteres Jahr in der Arena haben wollen. Ja, weil nicht von DLIFE. Ja, genau. Aber für mich war das eigentlich so ein, ja, ne, Uerdingen spielt nicht in der Liga. Und jetzt ist es noch nicht offiziell bestätigt. Aber da die Lizenzunterlagen für das nächste Jahr eingereicht wurden schon. Und da soll bei Uerdingen angeblich drinstehen, dass die hier bei uns in der Arena spielen. Das würde mich auf der einen Seite wundern, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, wo sollen die sonst hin? Und irgendwo spielen müssen die ja. Und angeblich sollen die irgendwie 1,6 Millionen zahlen für ein Jahr in der Arena. Und da kann ich mir vorstellen, dass dann die Stadt Düsseldorf oder die DLIFE sagt, das Geld nehmen wir gerne an. Etwas, was wir auch gerne annehmen, ist, dass Fortuna einen Sponsor wegen Rassismus kündigt. Daumen hoch. Mal gucken, vielleicht werden sie wieder Sponsor. Ihr müsst wissen, das war kein großer Sponsor. Also das war jetzt einer, wenn ihr die, wie nennt sich die, Fortuna aktuell Zeitung aufblättert, dann irgendwann bei Fortuna Club Sponsoren irgendeiner davon war das. Das war, glaube ich, irgendeine Technik, also irgendwas mit Technik. Also wären die wahrscheinlich da. Deswegen war es ein kleiner Sponsor, auch ein, glaube ich, lokaler Sponsor. Ja, wenn es dann halt von der Geschäftsführung oder hochrangigen Mitarbeitern der Firma irgendwelche Kontakte in rechte Szenen gibt. Ich sage mal so, ich finde halt gut, dass dann Fortuna sagt, okay, wenn es dann zumindest mal Indizien in die Richtung gibt, dass man dann sagt, okay, mit dem Sponsor, also wir kündigen den Vertrag, beziehungsweise wir verlängern den Vertrag nicht. Und bis zum Sommer wird das Sponsoring auf Eis gelegt. Finde ich eine gute Sache. Finde ich auch ein richtiges Zeichen an der aktuellen Zeit, um natürlich bei jedem Positiven auch was in die Wunde zu legen. Hätte Fortuna das auch gemacht, wenn es ein Hauptsponsor wäre, wenn auf einmal rauskommt, dass der Vorstand von Henkel sowas macht. Aber das ist dann natürlich... War der nicht in der AfD? Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zu den Geschichten, die uns Hoffnung machen. Zum Spiel SC Freiburg gegen Fortuna Düsseldorf. Das haben wir 2-0 gewonnen. Und es war ein Tor durch Hoffmann. Das erste Bundesliga-Tor von ihm tatsächlich seit irgendwie tausend Jahren. Das letzte war mal für Hannover. Und danach machte in der 61. dann Eric Tommi nach einem Konter. Das Zern und Perfekt. Stöger bereitete beide Tore vor. Ihr kennt das. Ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen habe. Aber Fortuna wechselt im 4-4-2, 4-3-3. Was weiß ich nicht für Scherze durch. Wir haben da eine Komplexität mittlerweile reinbekommen unter Uwe Rösler, die wir, glaube ich, noch nie so im Kader hatten, dass je nachdem, wie der Ball verlagert wird, je nachdem, in welchem Drittel oder in welcher Zone sich der Gegner verhält, also das System sich verändert, das gab es so, glaube ich, noch nicht. Finde ich super. Und ich finde auch immer krass, wie dann da halt rotiert wird. Meistens halt irgendwie spielt man, sage ich mal, die ersten 10 Minuten spielt man so. Und wenn man merkt, oh, der Gegner macht jetzt das und das, dann stellt man kurz um und versucht dann mal wieder was Neues. Das ist aber alles sehr situativ. Also wenn über die rechte Seite gespielt wird, erinnert sich das dann eher in den 4-4-2. Wenn über die linke Seite gespielt wird, dann geht es tatsächlich eher in Richtung Dreierkette. Im Pressing ist es tatsächlich öfter wirklich in den 4-4-2. Also das ist tatsächlich sehr, sehr variabel. Also was ich noch zum Tor von Tommy sagen muss, nach der Ecke für Freiburg. Tommy dachte sich in dem Moment bestimmt auch, er macht das gleiche Tor nochmal und hat einfach das Köln-Ding einfach nochmal abgespult. Abgespult. Abgespult, nicht abgespult. Ja, kriegt den Ball irgendwie 30 Meter vor dem eigenen Tor und läuft und läuft und läuft. Wird dann zwar sogar noch eingeholt, aber ja, mit einer einfachen Körpertäuschung dran vorbei und dann schiebt er den locker ins Eck. War auf jeden Fall ein schönes Tor. War auch ein schönes Spiel von Fortuna. Ich sag mal so, beim Spiel gegen Freiburg hat man auch schon Aktionen gesehen, wo dann auf einmal in den letzten 20 Minuten, in der letzten halben Stunde, wo dann die Verteidigung von Fortuna einfach angefangen hat zu schwimmen, wo man dann Glück hatte, dass Freiburg nicht das Tor macht. Ich wollte gerade sagen, du baust schon die Brücke zum Herderspiel. Ja, weil man halt gegen Freiburg hat man halt am Ende auch gemerkt, wie viele Torschance ein Freiburg auf einmal hatte. Und ich denke mir, wenn Freiburg eine Torschance gemacht hätte, dann hätte Fortuna auch zwei kassiert, weil Fortuna nicht gefestigt genug ist, sowas runter zu spielen. Und da man Glück hatte, dass Freiburg die Chance nicht genutzt hat, hat man halt 2 zu 0 gewonnen. Und auch verdient 2 zu 0 gewonnen. Kommen wir direkt zum Spiel. Fortuna ist es gegen Hertha bis C Berlin. Das B, das steht für Berlin. Aber wir wissen es, wir sagen es aber trotzdem, weil ich habe mal gehört, dass das die Berliner richtig aufregt, wenn man sagt, Hertha, BSC, Berlin. Aber sie hatten es selbst im Logo stehen. Also irgendwo ist man auch selbst scheut. Und ja, wie gesagt, 3-3. Und du hast es eben schon angedeutet, in der zweiten Halbzeit, also ab der 60. Minute, bröckelte dann die Verteidigung. Man war sich unsicher. Man konnte diese Defensive, die man versucht hat, nicht ganz verwalten. Man startete eigentlich richtig krass mit einer 3-0-Führung zur Halbzeit. Ich dachte schon, da hat man den Deckel drauf gemacht. Ja, aber dann schien die individuelle Qualität mit Mittelstadt, Piontek, Cunha, schien dann doch zu überwiegen. Und die Hertha aus Berlin schaffte dann das 3-3, was sich für uns krass anfühlt wie so eine Niederlage. Es gab keine Wechsel zu dem Freiburg-Spiel. Uwe Rösel lachte sich. Never change a winning team. Oder natürlich Adam Bocek hat wieder über 90 Minuten gespielt. Kurz bevor wir zum Resümee dieses Spiels kommen. Wie findest du eigentlich, dass Adam Bocek sich jetzt in den letzten zwei Spielen wieder als Stammspieler begreifen kann, während er vorher eigentlich keine Rolle gespielt hat, trotz dieser kleinen Verletzung. Nehmen wir die mal raus aus der Gleichung. Ja, Bocek ist halt ein Spieler, der kann, manchmal ist er Level Kreisliga und manchmal ist er Level Bundesliga. Also ich finde halt, er hat krasse Formschwankungen und wenn er halt mal gut in Form ist, so wie aktuell, dann finde ich ihn ein super Spieler. Dann finde ich, ist er auch verdient Stammspieler bei der Fortuna, aber er hat halt manchmal so Phasen, wo ihm halt einfach nichts gelingt. Ja, man muss einfach die Phasen erkennen und wissen, wann ist er gut in Form, wann kann man ihn spielen lassen und wann ist er schlecht in Form und wann sollte man ihn mal lieber ein, zwei Spiele draußen lassen. Ja, der auch draußen blieb, das war nämlich der VAR, der Video Assistant Jeffrey. Florian Kastenmeier beklagte das, weil es, ja, wie soll man sagen, regeltechnisch war es halt kein Elfmeter, aber es war auch keine krasse Fehlentscheidung, um das Ganze dann am Ende dann halt doch irgendwie nicht zu nehmen, weil er gibt dem Ball zwar eine Richtungsänderung, aber dass er den Ball halt, ich sag mal, im 90 Grad Winkel weg aus der Laufrichtung spielt, dem ist halt nicht gegeben. Dennoch bezweifle ich, dass Piontek, wenn er nicht gefallen oder gelegt worden wäre, noch an den Ball gekommen wäre. Aber das sind halt Sachen, da können wir jetzt drüber quatschen. Ja, das war halt so eine Aktion, ich denke mir, wenn der Schiri nicht gepfiffen hätte, hätte der VAR auch nicht gesagt, das ist ein Elfmeter, also das ist so ein Ding, 50-50 oder ein 60-40-Ding und dann denke ich mir, auch wenn es weh tut, denke ich mir zu so einem Moment, das ist nicht eindeutig falsch, also bleibt einfach die Entscheidung bestehen, ist halt ärgerlich. Du kannst halt sagen, wie mein Vater im Vorfeld, muss ich weiß gar nicht, wer das war, der den Piontek laufen lässt, der muss dem an der Hose packen, das kleine Foul ziehen, die gelbe Karte entkaufen, nehmen und dann ist er nicht durch oder beim 2-3 halt der Zimmermann halt in die Grätsche gehen, statt irgendwie versuchen, mit der Hüfte den wegzudrücken. Das kannst du alles sagen, am Ende des Tages steht es 3-3, vor dem Spiel hätte ich gesagt, mit dem Punkt bin ich zufrieden, obwohl ich irgendwann mal gesagt habe, im vergangenen Podcast, eigentlich müssen wir die nächsten fünf Spiele alle punkten, aber ich wäre auch mit dem Unentschieden zufrieden gewesen, jetzt natürlich im Nachhinein mit dem 3-3, gibt man das Spiel einfach am Ende klar aus der Hand, man versucht ja etwas, was man nicht kann, anstatt überlegt, versucht weiter zu spielen, weiter auf Torjagd zu gehen, versuchst dort irgendwie zu mauern, zu kontern, Überlegenheit zu schaffen, die gibst du dann komplett aus der Hand, weil Berlin immer mehr pusht und immer mehr pusht und immer mehr pusht und ich muss auch zugeben, die Wechsel, ja, verständlich, Ampoma für Karaman, Zanka kam dann für Tommy und Morales kam dann irgendwann für Berisha, weil der ausgepumpt war, das sind alles nachvollziehbare Wechsel, weil das System so ein bisschen umstellt, Ampoma beginnt als zweite Spitze, geht dann eher auf den Flügel rauf, der hat nochmal in der 88. oder sowas ein Abseits-Tor erzielt, ja, das war dann halt auch irgendwie, wo du denkst, ja, okay, komm, aber naja, so wirklich zufrieden mit den Wechseln, nochmal einen offensiven Impuls zu setzen nach dem 2-3 oder sowas, das gab es halt nicht, da kam dann halt Zanka, der halt irgendwie, weiß ich nicht, die Mannschaft, Abwehr stabilisieren sollte. Ja, wie soll ich sagen, die erste Halbzeit war Fortuna richtig gut, wir haben Berlin, Berlin war halt auch richtig schlecht in der ersten Halbzeit, also die haben gar nichts auf die Kette gekriegt, Fortuna konnte die hin und her spielen, ich meinte auch mal im Blog so, wir spielen die gerade runter, als wären wir die Bayern, also so schön hinten rum auf die Lücke warten, dann von links über den Torwart nach rechts, dann ein Pass in die Spitze, dann da nochmal 2-3, also man hat Hertha einfach richtig runtergespielt und die konnten überhaupt nichts, also die waren richtig scheiße in der ersten Halbzeit. Wir haben durch individuelle Fehler, ja, aber das Ding war ja, ich meine, wenn der Tommy den Ball überschreit und doch polzt, dann gewinnst du vielleicht der 3-0, weil danach nichts mehr geht, aber ihm springt der Ball halt, ja unglücklich, die Hand statt an den Fuß und dann kullert der Ball halt rein. Ja, aber das ist ja das, was ich gerade sagen wollte, so man hat, man hat den Gegner halt komplett an die Wand gespielt, weil der Gegner, der war auch richtig scheiße, also das war, ja, wie soll ich sagen, das war nicht mal mehr Drittliga-Niveau, wie Hertha in der ersten, die in der ersten Halbzeit gespielt hat und dann kommen die halt aus der Pause und man hat direkt nach der Pause gemerkt, auf einmal haben die Zug drin, auf einmal haben die Körperspannung, auf einmal haben die, auf einmal sind die, also man hat halt auf einmal einen Gegner gehabt und er läuft an und ich habe dann am Anfang schon noch gesagt so, ja komm, die erste Angriffswelle, also die ersten 10-15 Minuten gut überstehen, dann hat sich das erledigt, also wenn man, solange man nicht das erste Gegentor kassiert, kassiert man auch keine weiteren, weil das ist dann so eine Kopfsache und dann steht man eigentlich ganz gut, Hertha hat die eine oder andere Chance, aber so wirklich zwingend halten die nichts und dann kommt eine Flanke und dann trifft der Tommy den Ball nicht und macht den mit der Hand ins eigene Tor und dann denkst du dir auch so, warum muss das jetzt so ein Pimmeltor sein, also so ein, du hast Hertha praktisch den Ball ins eigene Tor gelegt, dadurch denkt sich Hertha so, ach so leicht kann man Tore machen, ja dann drehen wir nochmal einen auf und dann kriegst du ein Konter, das zweite Tor von Hertha ist ein Konter, kannst du immer kassieren, ist nix bei, aber das erste Gegentor, komplett unnötiger Chance, ja dann der Elfmeter ist halt unglücklich, musst du nicht geben den Elfmeter, musst du aber auch nicht, nicht geben, also musst du auch nicht unbedingt zurücknehmen und dann schenkst du denen ein Tor und schenkst denen halt ein Elfmeter und bist am Ende nochmal mit der Hand im Abseits und dann steht es halt 3-3. Genau und dann machst du halt noch das Tor, was zurückgegeben wird und musst am Ende, bist du noch glücklich, dass du nicht noch das Vierte kassierst, weil der Hoffmann ja eigentlich ein überragendes Spiel gemacht hat, den Gegner dann in der 90. Minute den Ball vor die Füße köpft, der dann zum Glück nur an den Pfosten schießt, ich will nicht wissen, also ich sag mal so, ich bin halt angepisst, weil man ein 3-0 aus der Hand gegeben hat, aber wir haben halt einen Punkt gegen Berlin gungelt, vor dem Spiel hätte ich gesagt so, ja immerhin nicht verloren gegen Berlin so, aber dann nach einem 3-0 noch zu verlieren, dann wäre ich auch wirklich angepisst, dann wäre da nicht so ärgerlich, sondern dann wäre ich wirklich sauer gewesen. Da warst du aber nicht alleine angepisst, sondern auch in dem Interview später, Florian Kastenmeier, der war, wie soll man das sagen, der war ziemlich, ziemlich, ziemlich... Ja, weil er war am Ball dran und kriegt trotzdem Elfmeter gegen sich. Ich als Torwart weiß, dass es halt ärgerlich ist, aber das ist dann halt so und ich kann halt verstehen, dass er sich denkt, ich war am Ball dran und warum kriege ich trotzdem Elfmeter? Fehlt ihm in so Momenten die Erfahrung? Hat er deiner Meinung nach mit diesem Rauslaufen richtig gehandelt oder hätte er einfach auf der Linie bleiben sollen? Fehlt ihm da vielleicht so ein bisschen die Erfahrung in der Bundesliga? Ich sag mal so, natürlich hätte er auch auf der Linie stehen bleiben können, wäre wahrscheinlich in dem Moment, wie sagt man nur schön, wenn er rauskommt, muss er den Ball haben. Ja, aber in dem Moment halt wäre es halt wahrscheinlich besser gewesen, wenn er auf der Linie geblieben wäre, weil der Piontek wäre halt so weit nach außen gelaufen, dann weiß ich nicht, ob er da irgendwie was hätte anrichten können. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, er war ja fast dran und der Piontek, der leider ein richtig gutes Spiel gemacht hat, der hat mir richtig gut gefallen. Der war ein richtig guter Stürmer. Normalerweise müsste der für Manchester United, Real Madrid, Barcelona spielen. Der einzige Grund, warum er es nicht tut, der hatte einen schlechten Vertrag bei AC Mailand, dann hat er da nicht mehr gespielt, dann wollte er da weg, und jetzt kriegt er halt den Vertrag, den er gerne hätte bei Berlin. Ja, weil die auch einmal Kohle haben. Weil die den holländischen Investor haben und ja, der natürlich auch für sich und den Verein auch andere Ansprüche. Jemand, der auch andere Ansprüche hat, ist unser Verein, denn Lutz Fallenstiel sagt zum Saisonende, Ade. Ich weiß nicht, da gibt es, das Gerücht ist halt, dass er im Verein halt nicht mehr den Zuspruch hat, den Zusammenhalt hat und man ihm so ein bisschen mit vorgehaltener Hand gesagt hat, so, ja, du wirst hier nicht mehr so viel erreichen, hau mal besser ab. Was ich halt unnötig finde, weil ich finde, jetzt, wo wir halt einen, ja, ich muss es so hart sagen, jetzt, wo wir halt einen guten Trainer haben, funktionieren ja die Transfers, wo es immer hieß, ja, wenn der, wenn der Pfannenstiel dem Funkel da so eine Scheiße hinsetzt, kein Wunder, dass die dann so Scheiße spielen. Ich fand gestern, aber auf einmal haben wir einen neuen Trainer und auf einmal können die alle Fußball spielen. Ich weiß nicht, nicht jeder guckt The Zone, aber, ähm, ich finde, Ralf Gunnisch hat gestern, äh, was Schlaues gesagt, ähm, er hat gesagt, dass Fortuna, also das Farnstiel hat Fortuna, wird dieses Jahr einen sehr kreativen Kader hingestellt, auf einem guten Niveau und Fortuna hat jetzt mit Uwe Rösler den kreativen Trainer, der halt das ausnutzen kann, um halt so ein bisschen den, äh, den Trainerwechsel zu begründen und das ist genau meine Meinung. Fortuna hat einen sehr kreativ aufgestellten Kader gehabt und meiner Meinung nach muss es so kreativ sein, weil Fortuna hat als Verein wenig Geld und begrenzte Möglichkeiten. Ja, wir haben immer noch mehr Geld als zwei Brücken, aber... Ja, aber was mich halt ärgert ist, dass der Pfannenstiel halt aufhört, weil der keinen Bock mehr hat, weil die ganzen Funkel-Fanboys den irgendwie angefeindet haben und ihn und seine Familie bedroht haben und dann denkt er sich, warum soll ich mir den Arsch aufreißen, wenn mir die Fans so auf den Sack gehen, dann sage ich einfach, tschau. Er hat ja auch im Verein Gegenwind im Moment. Im Verein geht halt alles aktuell drunter und drüber und ich denke mir, der Pfannenstiel hat so viele gute, kreative Transfers gemacht, natürlich ist, natürlich kann nicht jeder Transfer zu 100% passen, aber er hat einen Euphorie geholt, er hat einen Steffen geholt, er hat auch einen Spieler verpflichtet, wie jetzt zum Beispiel den, ähm... Kovnacki, Zanka, Berlischa. Ja, so und weißt du, aber wenn man halt kreative, offensive Spieler holt und man dann mit funkelnden Trainer hat, der am liebsten mit einer Achterkette spielen würde und dann heißt, und dann ist doch klar, dass dann die Fans oder wenn dann halt keine Ergebnisse geholt werden und die Fans dann sagen, ja, was hat der, was hat denn der für eine Scheiße geholt, aber wenn der, wenn man die halt nicht spielen lässt, dann können die auch nicht zeigen, dass die gut sind, weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass ein Apoma ein guter Spieler ist und dann heißt es immer so, ja, aber der kriegt ja nichts hin und alle sind scheiße und warum haben wir nicht den Funkel behalten, eigentlich hätte man ja den Fanschiel rauswerfen müssen, weil der hat die Scheiße ja geholt und ich denke mir so, ja, jetzt haben wir halt einen Trainer und ich sage halt auch extra, jetzt haben wir endlich mal einen guten Trainer, auch um teilweise die Funkel-Fanboys ein bisschen abzufacken, abzufacken, aber wenn man halt sieht, wie Fortuna jetzt spielt, ich meine, natürlich haben die eine 3-0-Führung verkackt, aber die haben 3-0 geführt, mit Funkel hätten wir das Spiel 3-0 verloren und da hätte keiner rumgeheult, weil ja 3-0 gegen Hertha kann man ja mal verlieren und ja, das ist halt, mich fuckt halt ab, dass sogenannte Fans unseren Manager vergraulen, dass der sich denkt, ich reiß mir doch für so einen Scheiß nicht den Arsch auf und mach mir dann lieber, mach, schauke mir lieber die Eier, weißt du, ja, fuckt mich halt ab und fuckt mich auch ab, dass dann die Leute ankommen mit, oh ja, der Funkel, guckt euch an, wie die jetzt spielen und dann wollt ihr mir sagen, dass das unter Funkel gut war, natürlich unter Funkel war es erfolgreich, aber wir haben, wir haben in dieser Rücke und in dieser Saison nur Scheiße auf den Platz gebracht, keine Punkte geholt, auf einmal haben wir, dann haben wir einen neuen Trainer und auf einmal spielen die Fußball, der war ja zum Beispiel, um den nochmal einmal rein zu grätschen, letzte Saison, als wir so schön Fußball gespielt haben, hat der Funkel immer gesagt, ja, das ist nicht mein Fußball, aber wir spielen jetzt erfolgreich und deswegen lasse ich das so, aber eigentlich würde ich nicht so spielen lassen. Ja, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Ja, weil ich das seit drei Jahren erzähle. Ja, nicht nur du, sondern auch Friedhelm Funkel an sich selbst, aber wir haben es auch zwischendurch erkannt, tatsächlich, und dass uns das aufgefallen ist. Hört gerne mal in die verschiedenen Saisonreview-Podcasts, die wir so ausgewählt haben, die findet ihr bei uns im Archiv oder halt auch auf YouTube sind die auch veröffentlicht. Dieses Jahr war Friedhelm Funkel sehr konservativ. Das Einzige, was du nur zwischendurch vielleicht nachhalten kannst, ist, dass er halt wusste, was für einen Trainer er hat und der hat halt nicht, ähm, wie soll ich das sagen, er hat halt nicht Spieler geholt, von denen er wusste, die passen perfekt ins System. Der hätte fünf Verteiliger holen sollen. Hätte der fünfmal Adam Bocek holen sollen. Ja, vielleicht, nein, aber du weißt, was ich meine, er hat jetzt nicht Spieler geholt, speziell die auf Friedhelm Funkels Taktik oder bevorzugte System ausgewählt sind, deswegen hat er ja gute Spieler geholt. Sondern er hat halt Spieler geholt, die durchaus Potenzial, kreative Ansätze und halt auch sehr viele Variationen, Direktionsmöglichkeiten haben. Unter anderem Kownazki, der kann, ähm, praktisch in der vorderen Reihe alle spielen und durch den kämpferischen Willen und kann sogar, wenn er halt linksverteidiger spielen. Kann der halt linksverteidiger spielen in der Fünferkette. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Sondern es ist halt, äh, es ist halt das, was wie Friedhelm Funkel mit dem gearbeitet hat, was er bekommen hat. Aber Lutz Fanchi hat ihm, glaube ich, auch nicht das gegeben, was er gewollt hat. Und was Funkel gewollt hat, ob er ihm jetzt detailliert Spieler genannt hat oder bevorzugte, äh, wie sagt man das? Ähm, Manorisms sagt man im Englischen, der Spieler gefordert hat oder nicht. Das werden wir nicht wissen. Das können wir jetzt im, äh, im Kaffeesatz lesen. Aber was wir nicht im Kaffeesatz lesen können, sondern ist, äh, ich zitiere mal, äh, Föhring Kastenmeier, wir gewinnen gegen Saarbrücken und dann kommt ein schwereres Spiel gegen Mainz. Tja, also ich fand halt lustig, dass in dem Interview bei The Zone nach dem Spiel, das war so dieses, wo er gesagt hat, nicht, ja, nächstes Spiel gegen Saarbrücken und dann muss man gewinnen und dann, äh, geht's weiter in der Liga, sondern dieses, ja, wir ziehen ins Halbfinale ein und danach müssen wir uns wieder auf die Liga konzentrieren. Also so dieses Selbstbewusstsein, fand ich halt, also, dieses Selbstbewusstsein, so eine Aussage zu treffen, weil natürlich ist es Pflicht gegen Saarbrücken, das Ding locker runterzuspielen. Ich hab das Gefühl, da ist auch ein Zitat, das man aus den letzten Folgen immer rausholen kann, ja, wenn man so spielt wie in der ersten Halbzeit, weil Fortuna kann halt irgendwie nur eine Halbzeit gut spielen. Ja, es liegt halt, du kannst es halt taktisch begründen und kannst es halt auch psychisch begründen, dass Fortuna führt, wir kommen aus der Halbzeit raus, spielen nochmal 10, 15 Minuten guten Fußball und danach presst der Gegner mit allem, was er hat und da schaffen wir halt nicht die Ruhe für. Aber wie sollst du auch die Ruhe haben? Hätten wir diese Ruhe, würden wir wahrscheinlich nicht auf der Wellenplatz 16 rumhocken. Und das Ding ist halt auch, das ist halt eine Kopfsache, du hast das Spiel gegen Berlin halt im Kopf verloren und nicht auf dem Platz, weil dann läuft, natürlich wirft dann Berlin All-In rein und ja, dann schenkst du denen halt so ein Tor und dann denkst du dir so, ja, wenn wir so leicht ein Tor machen, dann geben wir nochmal Gas und Fortuna hat halt in dieser Saison schon so oft Spiele aus der Hand gegeben, teilweise unglücklich, teilweise auch verdient und das ist dann so dieses, du fängst dann halt an nachzudenken, weil dann denkst du dir, dann hast du eine Führung und dann denkst du dir, oh, bitte dieses Mal nicht wieder die Führung aus der Hand geben und während du es denkst, hast du schon das Gegentor kassiert, so ungefähr. Und ja, das ist halt ärgerlich und ich bin halt auch wirklich frustriert, weil ich sag mal, um mein Lieblingszitat mal wieder zu sagen, ich sag mal so, gegen Frankfurt und gegen Berlin, das sind vier Punkte, die man verschenkt hat und das sind Spiele, also gegen Frankfurt, die hast du komplett dominiert, kassierst in den Nachspielzeiten ein unnötiges Gegentor, gegen Berlin hast du, sag ich mal, 45, 50, 55 Minuten komplett dominiert und gibt es das trotzdem noch aus der Hand und weil du so Spiele nicht gewinnst, deswegen steigst du am Ende ab, außer du hast halt das Glück, dass Paderborn und Bremen noch beschissener sind als du selbst, also ich denk mir so, so Spiele musst du gewinnen und gerade weil man die nicht gewinnt, ist man halt unten drin und deswegen wird man absteigen oder wird man, wenn man Glück hat, sich den Relegationsplatz noch sichern. Also theoretisch ist es halt, wie soll ich sagen, es kommt als nächstes das Halbfinale, dann kommt Mainz, Paderborn und Köln, das sind, wenn du willst, drei Pflichtsiege, sind neun Punkte, mit neun Punkten wärst du momentan bei 30 und bei 30 wärst du aktuell, wenn die anderen nicht gewinnen, irgendwie auf Tabellenplatz 13 oder so. Also da ist man tatsächlich noch in Schlagdistanz und danach kommen auch noch Gegner, wo ich sagen kann, ja, die kann man überraschen, für die geht's dann nicht mehr um viel, irgendwie vier, fünf Spieltage vor Schluss. Da kannst du, wenn du krass motiviert bist, auch noch was holen, wie zum Beispiel gegen Gelsenkirchen. Aber mir macht eins Mut und zumindest die Ansätze und die Spielweise, die wir aktuell sehen. Man muss aber auch sagen, aktuell ist halt auch unter Uwe Röscher nicht alles Gold, was glänzt. Da ist auch noch viel mit Bronze und Silber verputzt und mit normalem Blech. Ja, aber es ist besser als Scheiße wie davor. Ja, so schlecht war Friedhelm Funkel dann auch nicht, aber er hat sich dann am Ende, klingt das falsch, wenn ich sage, er hat sich selbst ins Ausgeschossen, aber... Ja, er hat die Mannschaft halt... Er hat so viel Understatement gemacht, dass die Mannschaft dann selber geglaubt hat, dass die Scheiße ist und jetzt unter einem neuen Trainer spielen die auf einmal Fußball, da kombinieren sie sich im eigenen Sechzehner nach vorne, verlieren halt bei so Aktionen nicht den Ball. Die kassieren halt, also die bauen in Ruhe von hinten auf, schön über Eihahn, Kastenmeier, der ein traumhafter Fußballspieler ist, also der... Von dem kam, glaube ich, im kompletten Spiel sind, glaube ich, drei Pässe von dem nicht angekommen und er hat gefühlt die, weiß ich nicht, mindestens die drittmeisten gespielt. Wenn wir schon mal beim Keeper sind, kommt Zach Steffen zurück oder spielt Man City, ist safe und der wird wahrscheinlich mit der Knieverletzung die so lange ziehen, also er ist am Ende Nummer drei Wochen irgendwie hier mittrainiert oder so? Also für mich kann Kastenmeier gerne den Rest der Saison Torwart bleiben, kann auch gerne nächste Saison Torwart bleiben. Ich finde, der macht seine Sache ordentlich. Wo wir bei Talenten sind, jetzt mache ich dieselbe Überleitung nochmal, weil ich nochmal eine Meinung haben will. Gegen Saarbrücken, Euphorie von Beginn? Ja, wäre ich für. Euphorie hat das Talent, irgendwie den Gegner aufzumischen, so Rahman-mäßig. Können gerne nochmal zeigen, was er kann und... Wenngster wird, wenn diese wichtigen Spiele vorbei sind, für Fortuna auch nochmal sein Bundesliga-Debüt geben oder hat er da einfach nicht die Ruhe oder die Qualität für. Ich hoffe es. Ich denke mal, der wird auch noch die Saison in der Bundesliga spielen. Gegen Saarbrücken muss man gewinnen. Tippt er auf einen 2-1. Aber Euphorie, der wird auf jeden Fall noch viele, viele Spiele mit für die Fortuna machen. Am besten Euphorie und Lovren auf dem Flügel. Aber das ist dann in zwei, drei Jahren. Ich finde halt, der ist ein guter Junge. Gefällt mir, den Spielen zu sehen. Teilt uns und seht uns auf jedem Gerät. Werdet uns auf iTunes, Stitcher, Apple Podcast, YouTube, Soundcloud, Facebook. Gebt uns einfach krasse Bewertungen. Wir lieben euch dafür. Und wenn ihr mich ja nichts mehr zu sagen habt. Ja, ich wollte nur sagen, meine Meinung in diesem Podcast zu Friedhelm Funkel sind mit bisschen Frust und auch bisschen überspitzt. ich weiß, dass er auch Gutes gemacht hat, der Funkel für den Verein. Deswegen könnt eure Kommentare wieder löschen. Wenn er so kommt von wegen warum haltet ihr den Funkel, der hat viel Gutes gemacht. Natürlich, aber ich finde, es war halt richtig, ihn zu entlassen und ich finde auch gut mit Uwe Rösler, so wie es jetzt läuft und finde es halt unnötig, dass dann die Fans, die dann so verliebt sind in den Funkel, dass die unseren Manager raus mobben aus dem Verein, der auch eigentlich Gutes gemacht hat für den Verein und das fuckt mich halt ab. Meiner Meinung hat Funstil halt alles richtig gemacht mit den Transfers und mit dem Trainer raus. Das sagen ja auch alle. Oder Teile der Fans heulen dann halt rum und ich denke, guckt euch an, wie Fortuna jetzt spielt. Ja, aber hört ihr mal andere Podcasts an, hört ihr Moderatoren an, Interviews, sogar meinetwegen Doppelpass. Das ist halt, jeder von denen sagt, du ja, wir verstehen das nicht, weil eigentlich macht er bis jetzt einen guten Job und die Trainerentlassung ist auf jeden Fall nachvollziehbar und war nötig, vor allem wenn du siehst, wie die Mannschaft jetzt auftritt, wie die jetzt spielt und ja, ich habe keine Ahnung, jetzt haben wir schon wieder gequatscht, eigentlich wollte ich in die Abmoderation gehen und ich weiß jetzt nicht, wie ich den Podcast beenden soll, wir wissen noch nicht, wann wir das nächste Mal, wir wissen noch nicht, wann wir das, mich jetzt schon verabschiedet, wir wissen noch nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen, ich denke mal nach Paderborn oder vor Köln, keine Ahnung und wie gesagt, wir sind Mega 95, der Fortuna Podcast und auf jeden Fall hört uns wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's für heute.